Wird leer, find ich es ja? Ja, also das... Ich bin gut, weil es nicht gut ist. Ich kann nicht nur denken, vielleicht vielleicht gar nicht mehr. Ich kann nicht viel reden. Ich kann nicht, aber ich kann nicht mehr wissen. Sind nur noch so süß, oder? Schön, ich kann nicht sagen... Ich danke... Wir werden Verstärkung aus Rosalie toolen. Ihr müsst mir helfen. Bring Joshua an einen sicheren Ort. Steig auf, Joshua. Vater? Verzeiht euer Gnaden, das kann ich nicht zulassen. Oh mein, ich hätte mich... Es ist sowas kommen, ihr habt es nicht mehr. Erfüll du dein Geflecht. Du musst Vater beschützen. Ich wollte... Das war der einzige Sympathische aus der Vermöge davor, oder? Ich zähle auf dich, Joshua. Ach, du Scheiße. Und ihr Lauf. Wütet ihn schnell! Wow, jetzt gibt der Gas. Das war's! He, ihr Feigenschweine. Jetzt läuft's davon. Gerade davor hat's euch noch stark gefällt, wenn's überlegen was. Anzahlmäßig. Ach, den hab ich ganz am Anfang gespielt. Der Phönix! Joshua! Mörder! Der Prinz! Joshua! Hör auf! Er hat seine Kraft! Er hat sie nicht im Griff! Ich muss ihm helfen! Nein, Clive! Zurück! Das war's! Das war's! Das war's! Jetzt bin ich. Das war's! Du bist dein Schild. Hälft dir auf und geht. Bitte. Joshua, haltet euch. Nicht jetzt. Komm, tu deine Pflicht. Du bist dein Schild. Für ihn. Clive? Was ist denn da anders? Oh. 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 Können wir jetzt auch noch anfangen wieder, ne? Scheiße, das sieht so cool aus, Mann! Boah, der Ball war kaputt. Ist ja krass. Alter! Geh weg von mir! Geh weg von mir! Geh weg! Feuerball, Zielen... eher eins ausweichen. Auwe, ich muss ja noch selber zurück. Uhuhuhuhu! Oh, ätzend. Kann ich mal wieder beaufragen, hey, gell? Ein Budget! Hast du das auch angefangen, Pascal? Ja, mega! Ja, es ist schon... ziemlich voll Video drin, ne? Also... Wo 10 Minuten Spielzeit... gefällt 15 Minuten Video! Was aber echt cool ist, ne? Aber ich sollte ein bisschen am Schluss sagen lassen. Oh, okay. Also... Dreieck und LC. Was, du Feuerlemon! Boah! Heuer, das ist schon egal, wie das bei diesem... Heuer Columbia, oder? Geh weg... Fuck... Geh weg, Feuerlemon! Ach, ganz gut... ...undgegert... ...undgegert... ...undgegert ein Kontakt-Botok dabei, oder? U pf... Begert... ...undgegert... ...undgegert... Nein! Das kann nicht sein! Was? Wie wollen sie? Hör auf damit! Ist das das Apotheterium? Ich denke nicht darüber nach, ich glaube das ist ganz andere Probleme im Moment. Oh nein, nicht schon wieder! Ja, ich denke, das ist alles gut! Musik! Das ist sehr gut, ich habe noch nie gehört! Ich muss ihn aufhalten! Oh, ich versuch's! Ich muss ihn retten! Oh, wir haben einen Typhoon Ball! Just for fun, er war ein Struck! Wichtig! Epic! 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 Und er ist in Ruhe! Ich hab nichts gemacht! Gar nichts! Ich bin nicht so scheiße, weil es auch stimmt! Oder ich hab einfach bloß unmäßig voll Glück! Wollt, wollt! Wollt! Wollt, wollt! Wärter! Schriftig gar nicht! Wollt! 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 Kunt! Ich geh nur vorbei vor Panzerbrandwut! Könnt, das wär noch? Seh ich das auch gut? Jetzt auch war ich noch mal bereit. Und das werde ich jetzt halten! Wollt! Und das werde ich jetzt halten! Wollt! Und das werde ich jetzt halten! Wollt! Wollt! Musik Wieso, schickne ne? Wohin, Wohin! Oh, meinst du? Oh, meinst du? Oh, meinst du? Oh, meinst du? Du hast ihn nicht! Nein, nein, nein! Das war's? Das war's? Oh, meinst du? Oh, meinst du? Juhu, schau dir das bitte aus! Oh, meinst du? Oh, meinst du? Oh, meinst du? Wenn der Animator in Gottmode geht, eh? Oh, meinst du? Oh, meinst du? Oh, meinst du? Oh, meinst du? Hey, meinst du? Oh, meinst du... Oh, meinst du? Oh, meinst du? Opa, meinst du! Was ist das? Oh. Torger? No. Nein! Hör auf! Nimm die Hände von meinem Bruder! Hilf mir! Hilf mir gleich! Joshua! Hör auf! Hilfe! Ich weiß nicht! Inge! Besuch! Bitte! 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 Hilfe! Oh! Wo kann ich denn sein? Echt sprachlos! Ja, richtig, Alter! Boah! Ich bring dich um! Ich bring dich um! Verdammt! Holy Moly! Boah, also gehen sie ja dann jetzt eigentlich weniger. Ich bin eigentlich... Voll schockiert, Mann! Voll schockiert, Mann! Als erstes mit den ganzen Fächer mit dem... ...mit der Eule... ...mit unserem Schokobo, der was uns gerannt hat. Ja, das kann ja überhaupt, ne... ...wenn irgendwie... ...tierische Gefährten drauf gingen. ...zumachen. Und dann das noch, ne? Oh! Oh! Was wollt ihr noch tun, Hauptmann? Joshua war meine Welt. Und nun ist er fort. Ich kann nur hoffen, dass mir in der neuen Welt seiner Heiligkeit noch eine Rolle zusteht. Verstehe! Oh! 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 Ehe! Oh! 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 An der kaiserlichen Front wird er sich gewiss als nützlich erweisen. Alles hat seinen rechten Platz. Ich habe immer Pro-Final-Fantasy gesehen, in anderen Streams. 7, 8, 9, 10, 13, hab ich ja selber gespielt. Aber so ein fucking Ding? Alter, das killt schon fast ein bisschen.